Die großen US-Autobauer sollen nach dem Willen von Präsident Joe Biden bis zum Jahr 2030 rund die Hälfte aller in den USA neu verkauften Fahrzeuge als Elektroautos anbieten. Biden unterzeichnete am Donnerstag eine entsprechende Verordnung, die rechtlich allerdings nicht bindend ist. Große Hersteller unterstützen nach eigenen Angaben das Vorhaben, fordern aber umfangreiche staatliche Unterstützung. Die Verordnung legt auch einen neuen Zeitplan für die Entwicklung neuer Abgasstandards in den kommenden Jahren fest. Umweltschützer warfen Biden vor, sich auf freiwillige Selbstverpflichtung einer unzuverlässigen Branche zu verlassen. Unter anderem will der 77-Jährige die unter seinem Vorgänger Donald Trump eingeführten Lockerungen der Emissionsvorschriften für Kraftfahrzeuge rückgängig machen. Für Neuwagen soll ab dem Jahr 2023 die Effizienz um 10% steigen und bis 2026 einen Durchschnittsverbrauch von 52 Meilen pro Gallone, was umgerechnet 4,5 Liter pro 100 Kilometer sind, erreicht werden. Dazu sieht der Vorschlag der US-Umweltbehörde eine Erhöhung der Grenzwerte um fast 5% pro Jahr vor. Die Umweltbehörde geht davon aus, dass die Fahrzeugkosten enorm steigen werden. Autofahrer könnten jedoch an Benzinkosten einsparen. General Motors, Ford und die Chrysler-Mutter Stellantis mit den Marken Fiat, Peugeot und Opel teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, sie strebten an, bis 2030 einen E-Auto-Absatz von 40 bis 50% zu erreichen. Auch Volkswagen, BMW, Toyota, Volvo und Hyundai versprachen Unterstützung.